Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen geflüstertem ASMR-Show und erlaubt meinem Kanal, Whispering Jane ASMR. Heute habe ich ein paar Produkte für euch und das große Highlight werde ich euch direkt am Anfang zeigen, wo alles den meisten Raum einnehmen wird von der Videodrehzeit. Und dann die anderen, kleineren Sachen noch zum Schluss zum Ausklingen lassen. Schön, dass du hier bist und ich wünsche dir eine wunderbar gemütliche, großame, spannende Zeit. Ich habe eben ein personalisiertes Video für einen Zuschauer gedreht und war deshalb noch ein bisschen hergerichtet und zurechtgemacht. Und dachte mir, nutze ich doch gleich den Moment und ein bisschen einem anderen Hintergrund, der sehr gut zu den ersten schönen Sachen passen wird. Und ich würde sagen, es geht los. Sicherlich kannst du es dir schon denken, von dieser Box und diesem Karton her, was es ist. Es kann auch sein, dass ich sie sowieso in das Thumbnail packe und man sowieso schon gesehen hat, wie es aussieht. Ich weiß es auch nicht. Ich finde diese Kartons so schön, weil sie so klein und kompakt sind, so schmal. Aber so ist auch der Schuh klein und kompakt. Von dieser Marke von Toms. Von dieser Marke von Toms. Ich finde es sehr praktisch. Und ich finde es sehr praktisch. einfach nur ein Deckel ist, den man abhebt, sondern eher ein Klappdeckel. Und ich bin jedes Mal verzaubert, wenn ich diese Schuhe sehe. Das war so ein schönes Geschenk an mich selbst, was ich mir letztens gegönnt habe. Ich werde sie dieses Jahr nicht mehr ansehen. Ich will sie nicht dieses Jahr versauen bei dem nasen Wetter, sondern sie sind für nächstes Jahr. Ich hole sie erst einmal raus. Kennst du einen, kennst du den anderen. Das heißt, da natürlich die meisten Schuhe symmetrisch gestaltet sind, würde es wahrscheinlich auch reichen, wenn ich dir noch einen zeigen würde. Das meinte ich mit passend zum Hintergrund. Die sind so unglaublich schön. Die sind wie für mich gemacht. Ich liebe sie. Und hier drauf haben wir schimmernde Schmetterlinge. Schmetterlinge oder ein Schmetterling brennt. Diese wunderschönen Rosé-Gold schimmernden Schmetterlinge. Ich musste eine kleine Unterbrechung machen. Deshalb sieht das vielleicht ein bisschen jetzt anders aus. Das Licht und meine Haare sind gekämmter aus. Meine Speicherkarte war voll von der Kamera. Und jetzt ist die Sonne draußen ein bisschen rausgekommen. Vielleicht ein kleines bisschen dunkler machen. Ich glaube, so ist es gut. Für deine Häuglein. Nicht so grell. Das ist jetzt eine 37,5 US 7 UK 5 oder 5. Hinten drauf haben sie das Logo drauf gestickt. Wir haben eine ganz leichte Schaumsohle. Eine profilierte Schaumsohle. Leider, wie ich schon in meinem englischen Video zu diesem Schaumsohle gesagt hatte, kommen hier viele Steinchen rein. Schotter Steinchen. Meistens stört das aber nicht beim Laufen. Nur manchmal merkt man es. Wie du sehen kannst, ist das kein sehr ergonomischer Schuh. Weil er genau gegenteilig geschnitten ist wie unser Fuß. Wenn wir auftreten, dann fächert sich unser Fuß, unser Vorderfuß eher wie so ein Endenfuß auf. Und wird eigentlich breiter. Aber die Schuhe werden vorne schmaler. Das heißt, sie werden ziemlich zusammengepresst. Mich persönlich stört das nicht. Mir drückt auch nichts in diesem Schuh. Ich mag es aber. Ergonomisch ist auf jeden Fall etwas anderes. Eigentlich habe ich mir diese Espadrills immer in der 37 bestellt. Aber irgendwann hat mich das so gestört, dass die Sohle in die Innensohle immer so schnell dreckig wird durch den Staub. Weil ich da keine Socken drin anziehe im Sommer. Dass ich dachte, ich würde mir gerne noch eine kleine Baumwollsohle reinlegen. Und würde dann dafür aber den Schuh eine halbe Nummer größer bestellen. Aber es soll ja auch diese kleinen Söckchen geben. So wie Ballerinasöckchen, die man rein, ja, die man anziehen könnte. Dieser Schuh heißt Alpagata, glaube ich. Genau, Alpagata. Der Farbton heißt Dusty Peach Foil Butterflies. Also staubige Pfirsichfolie Schmetterlinge. Ganz unromantisch übersetzt. Natürlich hole ich den zweiten auch noch aus. Oh ja, das ist ein schönes Thumbnail. Auch wenn man dadurch schon alles zeigt und verrät. Der Schuh ist komplett vegan. Alles aus Stoff. Oder Gummi. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist diese überlappende Stoffnaht oder Stoffschicht. sieht sehr schick aus. Und ich mag auch, wie sie es vorne genäht haben. Und was auch sehr, sehr angenehm ist und sich flexibel an jeden Fußspann anpasst. Oder zumindest zum gewissen Grad ist dieses Gummiband, was sie hier eingenäht haben. Wenn der Fuß drin sitzt, kann sich das noch ein bisschen ausdehnen. Natürlich nicht endlos, aber ein bisschen. Und für mich passen sie wirklich perfekt. Wirklich perfekt. Mir tut auch hinten nichts weh. In der Ferse. Alles super. Für gewöhnlich kosten diese Schuhe neu auf der Seite von Toms 50 Euro. Und sie spenden auch an wohltätige Zwecke. Also sie geben immer einen gewissen Prozentsatz ihrer Einnahmen oder Gewinner ab. Steht sogar auf dem Karton hinten drauf, wofür. Aber sie haben auch reduzierte Ware auf ihrer Seite. Und manchmal bieten auch andere Anbieter, wie Mirapodo oder Zalando oder welche Seiten auch immer. About You, Seven Trends. Diese Schuhe auch an für vergünstigt. Ich habe glaube ich für diese jetzt um die 40 Euro bezahlt. Ich kaufe sie mir ehrlich gesagt selten für 50 Euro. So. 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 ist nicht länger als zwei Saisons, also zwei Jahre, leider. Ich beginne sie meist irgendwann zu waschen, also in der Waschmaschine bei Schnellprogramm rund 30 Grad oder 40. Das machen sie auch eine Weile mit. Aber wenn einmal der Stoff ein bisschen aufgeraut ist, aus und dann hängt sich immer schneller der Dreck rein, man könnte sie vielleicht noch imprägnieren mit einem Spray. Aber der Stoff wird irgendwann einfach immer unansehnlicher und franzt aus. Und per Handwäsche, also wirklich selber an den Schuhen rumschrubben, das, glaube ich, bringt nicht so viel. Und deshalb muss man sie leider irgendwann loslassen und wegwerfen, was ich jedes Mal bedauere. Vor allen Dingen bei so einem Print, bei einem Druck wie diesem. Das sind Schuhe, die ich am liebsten nie anziehen wollen würde. Und gleichzeitig doch. Es tut weh zu wissen, dass sie irgendwann dreckig werden. Okay, das war unser Schuhe und Tell. Okay, das war unser Schuhe und Tell. Und jetzt geht's. Und jetzt gehen wir auf zu den nächsten kleinen Triggern. Dieser Trigger hier ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Aber ich finde, die Sounds sind so toll. Es handelt sich hierbei um Filzgleiter, die man unter Möbel oder wo auch immer noch drunter kleben kann. Und den Fußboden zu schützen oder die Geräusche zu minimieren beim Hin- und Herschieben. Meine Stühle haben bereits diese Filzgleiter, aber die sind jetzt schon so lange darunter, seit 14 Jahren oder wie lange ich in dieser Wohnung wohne. Natürlich werden die irgendwann auch immer flacher, pressen sich zusammen unter dem Gewicht oder nutzen sich auch tatsächlich ab, sodass es Zeit wurde, sie wieder auszuwechseln. Und das ist jetzt ein Set von 40 Stück. Also wir haben hier immer 8 Stück pro Blättchen und das mal 5. 5 solcher Blätter sind da drin. Und der Durchmesser beträgt 2,8 cm oder 28 mm. Perfekt für meine Stuhlgröße, obwohl ich im Nachhinein zu der Erkenntnis gekommen bin, dass eher quadratische sinnvoller gewesen wären, weil meine Stuhlbeine nicht rund sind im Querschnitt, sondern eben eckig oder quadratisch. Leider habe ich im Laden nirgends welche gefunden, weder bei Rossmann, noch bei dm, noch bei Edeka oder Reva, zumindest die, die ich in der Nähe habe, weshalb ich sie bei Amazon bestellen musste. Die waren gar nicht so sehr teuer, aber der Versand ist ziemlich viel für dieses kleine Päckchen. Das waren glaube ich 3,99 Euro versandt und ich habe um die 9 Euro bezahlt. Die kann man auch noch in Braun oder Schwarz oder Grau kaufen, allgemein jetzt vielleicht nicht von der Firma, aber insgesamt. Und eben auch ein eckig. Und es gibt sogar welche, die man in das Stuhlbein hineinhämmern kann. Da ist dann ein Nagel drin. Und dieses Filzteil ist in so einen harten Plastikboden eingelassen und dann kommt der Nagel. Fand ich auch sehr interessant, aber man weiß natürlich nicht, ob das viel länger hält. Das ist am Ende ja trotzdem auch nur Filz und der gibt irgendwann nach. Wenn man sich immer wieder sowas kauft, dann muss man immer wieder da reinhämmern in das Holz. Finde ich irgendwie merkwürdig. Und ich muss wirklich sagen, dass meine alten Filzkleider sich nicht abgelöst haben. Also ich brauchte da nichts reinhämmern. Der Kleberlein hat gereicht. Der da dran ist. Das ist ja wie ein Sticker. Man muss natürlich schon darauf achten, dass der, dass das Tisch oder Stuhlbein sauber unten drunter ist. Kein Fett, kein Staub. Dann hält es auch 1A. Zumal das hier sowieso immer unter Druck steht. Also da ist ja immer Druck drauf. Dadurch kann sich das nicht so ablösen. Okay. Und dann hatte ich noch etwas gesehen, was ich in einem kleinen Schächtelchen von einer lieben Freundin vor einiger Zeit geschenkt bekommen hatte. Das habe ich irgendwie nie in meinen Schrank eingeräumt oder in mein Bad. Und jetzt dachte ich mir, wird das Zeit. Und das ist eine kleine Badebombe, eine Bathbombe. In einem süßen, kleinen, weißen Organza-Beutelchen. Und ich meine, dass meine Freundin das bei Sirius oder Sirius Minerals bestellt hatte, als sie mal eine Kette für mich gekauft hat oder zwei Ketten. Zumindest war es in dem Karton mit drin. Und diese kleine Badebombe ist innen drin nochmal eingeschweißt. Deshalb knistert es so. Ich kann nicht so viel durchriechen. Vielleicht gibt es hier und da ein kleines Löchlein. Aber dadurch, dass jetzt auch keine Feuchtigkeit rangekommen ist, nichts dran ist, kann ich es nicht so gut riechen. Aber ich meine, es hat sehr gut gerochen. Und ich finde dieses Grün sehr, sehr schön. Und die Sonne leuchtet so schön draußen durch die Bäume. Oh, das leuchtet so schön grün noch. Die Lindenbäume vor meinem Fenster sind noch nicht ganz so gelb. Dadurch ist noch viel Grün dabei. Die Lindenbäume vor meinem Fenster sind noch nicht so glücklich. Ich freue mich gleich noch ein bisschen rauszugehen. Ich habe mir vorhin die Haare gewaschen. Und werde noch ein bisschen an die frische Luft gehen. Ich war heute noch nicht draußen, weil ich bisher nur Video gedreht habe. Und das ist jetzt bestimmt schon langsam Richtung 16 Uhr. Und das war unsere kleine süße Badebombe. Von meiner lieben, lieben Freundin Carina, mein lieber Schatz, meine liebe großzügige Freundin. Das ist nicht das erste Geschenk von ihr. Und das letzte, was ich dir gerne noch zeigen möchte, ist nichts niegelnagelneues. Das habe ich schon seit letztem Jahr, ich denke letztem oder vorletztem Jahr, habe ich das zum ersten Mal gekauft. Letztes, vorletztes Jahr. Und das ist so lecker. Das ist gerne nochmal anlässlich der aktuellen Jahreszeit, Herbst, dir zeigen und von Herzen empfehlen möchte. Also, wenn du so etwas magst, natürlich nur. Das ist so wunderschön. Was für ein wunderschönes Design. Und zwar haben wir hier einen Bio-Oriente-Chai-Tee oder Teebeutel. Und zwar von Tee-Kanna. Und ich kann dir nicht sagen, wie gut das riecht. Viele von euch kennen sicherlich schon die Yogi-Tees. Also Yogi Classic Chai. Aber ich finde auch, mit dem hier kann der nicht mithalten. Der riecht so und schmeckt so intensiv. Das ist eindeutig mein Favorit. Kostet aber auch ein bisschen mehr. Und der kostet, glaube ich, 3,99. Und ich glaube, der von Yogi-Tee 2,80 oder so. Erlebe eine orientalische Reise. Köstlich würziger Tee. Mit Ingwer, Gardamom und Zimt. Der deine Sinne verwöhnt. Und feiner Bio-Gewürzte nach orientalischer Art. Und das sind 20 Teebeutel. Ich weiß nicht, ob Yogi-Tee nur 15 drin hat. Das könnte sein. Und das entspricht 1,8 Gramm pro Teebeutel. Und insgesamt 36 Gramm. Und die sind einfach so lecker. Ich finde die perfekte Balance aus den Gewürzen. Und wir haben hier drin Zimt, Zichurienwurzel, Ingwer, Kardamom, Süßholz, Gewürzenelken, Sternanis, Schwarzer Pfeffer, Steviablätter oder Steviablätter. Und das war's. Und alleine schon 40% Zimt. Die Teebeutel sind einfach nur in Papiertütchen. So nicht aromadicht verschweißt. Dadurch empfiehlt sich das schon, die Zeit nah aufzubrauchen. Aber andererseits habe ich diese Packung seit letztem Jahr mindestens zu stehen. Und es schmeckt immer noch sehr lecker. Ich finde das so eine edle Farbkombination aus diesem Bordeaux Rot und dem Orange und Weiß. und hellrot. Das sieht einfach so schön aus. Und den hatte ich bei Rewe gekauft. Ja, bei Rewe. Und ich bereite ihn mir so zu, dass ich mir eine Tasse Hafermilch in einem Topf Weiß mache. Und bereits schon von Anfang an ein bis zwei dieser Teebeutel hineingebe. Und das ich dann erhitzen lasse. Kochen lasse ich es nicht. Und während des Prozesses drücke ich die Teebeutel immer mal wieder ein bisschen an den Rand des Topfes. Ein bisschen aus. Sodass wirklich so viel wie möglich dieser Gewürze in die Milch übergehen kann. Oh, es riecht so gut. Mir schmeckt das persönlich nicht so als normaler, wässriger Teebe nur mit Wasser. Ich mag das wirklich nur mit Milch. Aber jeder mag es anders. Vielleicht würdest du es mit Wasser mögen. Also, wenn du es mit Wasser mögen kannst, wenn du es mit Wasser mögen kannst. Und das war unser kleines Schuh oder Show and Tell. Oder Haul, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Sand, sehr, sehr sand, geflüstert. Drei Videos habe ich heute gedreht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst. Oder auch noch bist. Vielleicht bist du auch schon eingeschlafen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare gute Nacht oder einen schönen Tag. Je nachdem, wann du dieses Video entdeckst oder anguckst oder genießt. Ich wünsche dir einen schönen Herbst, Anfang 2023. Und sage bis zum nächsten Mal, wenn du möchtest. Alles, alles, alles Liebe. Und ich sage... Bye, bye. Ciao, ciao. Au revoir. Arrivederci. Tschüss. 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 Tschüss.